Jo, wir schauen uns jetzt mal Star Wars Dark Forces an. Ein Ego-Shooter aus dem Jahre 1995. Der erste First-Person-Shooter im Star Wars-Universum indiziert. Wunderbar. Dafür sehr interessant für meine Sammlung. Ich habe das Spiel jetzt schon länger gesucht, weil es mich mal interessiert hatte. Habe es aber da, wo ich es gesehen habe, als immer etwas zu teuer empfunden. Und jetzt habe ich es gestern gerade in einem Game Shop in der Innenstadt für 15 Euro gefunden. Habe ich mir direkt mal mitgenommen. Ja, bin gespannt, was mich da gleich erwartet. Ist für den PC und die Playstation erschienen, wobei sich beide Versionen in den Wertungen sehr stark unterscheiden. Die PC-Version gilt als sehr gut, als sehr gelungen. Die Playstation-Version gilt gerade aufgrund der Technik und dementsprechend schlechter Grafik als kritisch. In diesem Spiel spielt man Kyle Katan, einen ehemaligen Offizier des Galaktischen Imperiums, der sich den Rebellen angeschlossen hat, da imperiale Soldaten seine Familie gekillt haben. Bekannt im Star Wars-Universum ist er dafür, dass er die Pläne des Todessterns geklaut und an Prinzessin Leia übergeben hat. Und das ist in diesem Spiel auch die erste Mission. Man soll die Pläne des Todessterns klauen. Ja, was hat man? Fäuste, Granaten, Landminen, Pistolen, Gewehre in diverser Form. Es kann Munition aufgesammelt werden, diverse Lebensboni und so weiter und so fort. Es ist eine lineare Kampagne und mit echten Menschen, die Zwischensequenzen sind, mit echten Menschen gedreht. Ja, ich bin gespannt auf dieses Spiel. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal hier an. Was ist hier hinten? Erleben Sie das Star Wars-Universum aus einer einmaligen 3D-Perspektive. Unter strengster Geheimhaltung entwickelt das Imperium eine Armee des Schreckens, die, falls sie fertiggestellt wird, die ultimative Waffe im Arsenal des Terrors und der Herrschaft des Imperiums sein wird. Ja, das Spiel ist tatsächlich auch in anderen Ländern ab 18, wie gesagt, in Deutschland sogar auf dem Index. Star Wars Dark Forces, ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Ich finde das Cover extrem schlecht, aber auch wieder geil, muss ich sagen. Den Laser hätte man sich eigentlich sparen können, aber irgendwie hat es was schon wieder. Einmal die CD. Bisschen Story. Bisschen Story, recht viel, viel Story, Programmstart, Passwort, Steuerung, Laufen, wo ist Laufen? Mit R1 läuft man, mit Viereck schießen, schön, noch eine richtig schöne klassische Einstellung. Hier wird der PDA erklärt, das Head-Up-Display wird erklärt. Gegner. Hier sind die Gegner, imperiale Truppen, Sturmtruppen. Kennt man einen, hasst man alle. Die Angriffstruppen der imperialen Streitkräfte. Sie sind nicht besonders intelligent, nur mit einem Standard-Lasergewehr bewaffnet, aber dafür mit fanatischer Loyalität dabei. Und du wirst sie nicht so schnell wieder los. Außerdem scheint das Imperium eine nie versiegende Quelle für Nachschub zu haben. Dann gibt es die imperialen Offiziere. Durchschnittliche Offiziere brüsten sich damit, nicht mit schweren Waffen durch die Gegend ziehen zu müssen. Aber wie du weißt, gleichen sie ihre leichte Bewaffnung mit sehr guter Zielgenauigkeit wieder aus. Und dann gibt es noch die imperialen Kommandos. Werden natürlich aus dem Offizierkorps rekrutiert und haben daher die gleiche Aversion gegen schwere Waffen. Mit ihren Lasergewehren können sie weiterschießen als gewöhnliche Offiziere und das intensive Training erlaubt es ihnen auch, sich schneller zu bewegen. Dann gibt es automatische Systeme, Selbstschussanlagen, Überwachungssonden, Überwachungsdroiden und Remotes. Trandoshana, unter den anderen Gegnern, Gran, Gamorianische Wache, Dianoga, Kanalbewohner und Boba Fett. Die Gefahren der Umwelt, Minen, Stromgeneratoren, Schweißarme. Dann hier noch die Waffen, bloße Hand, Briar Pistole, Sturmtruppen, Lasergewehr, Thermal Detonator, Imperial Repeater Gun, Geron Fusion Cutter, Minen, Granatwerfer. Da geht einiges, also das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Mal gut was zur Auswahl. Hier nochmal die verschiedenen Items. Infrarotbrille, Eiskrallen, Atemschutzmaske, Batterien, Schilde, Energiezellen, Bonusgegenstände, Extra Leben, Super Munition. Und noch viel mehr Story, also auf jeden Fall schön ausgearbeitet, das Ganze. Hier kommt jetzt holländisch. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Ja, ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Stop! I don't know. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was ist das? Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Das war's für heute. 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 Easy. Das war's für heute. 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 Jo, das war Star Wars Dark Forces, ja was soll ich sagen, es ist ein altes Spiel, es ist okay, ich fand es jetzt ganz interessant, es war auch interessant aufgemacht, von der Mucke her ist die ganze Zeit was los, das fand ich ganz gut, die Waffen nicht schlecht, bisschen nervig vom Klang her und was tatsächlich stimmt, anhand der Grafik ist es wirklich extrem schwierig irgendwas zu erkennen, gerade diese versteckten Wege in den Klippen, wo man dann erst mal vorbeiläuft, bzw. die dann verschwinden, genauer man guckt und so, ja, ist nicht wirklich gut gealtert das Spiel, damals sicherlich eine ganz geile Sache, auf jeden Fall aber ein Titel, den man im Regal stehen haben sollte und bei dem Stichwort machen wir gleich dann auch das nächste Spiel ein wirklich, wirklich sehr schönes Spiel und zwar Parasite Eve, freue ich mich drauf, ich wünsche noch einen schönen Abend.